moin willkommen zurück zu einem neuen unboxing hier auf diesem channel heute habe ich für euch von august burns red death below es ist endlich angekommen bei mir auch das neue album ja was hänger vorgestellt hier mit einem alternativen artwork alternativen cover sehr sehr coole geschichte die checklist kommt auf doppelwinkel ich finde die track zusammensetzung hier finde ich sehr interessant ist einfach nur eins auf eine leise ist interessant wissig so august burns red death below ja genau und hier oben haben wir noch mal was wir hier im vinyl haben sollten und die limitierung auf 500 stück so ich versuche erst mal den sticker um abzulösen und wie sonst gleich wenn mir das gelungen ist ähnlich gelungen ist so das ging relativ simpel also hier noch mal scharpt und die können wir ja schon ja genau die ist ziemlich oft beteiligt an sowas wir machen mir die ganzen kollegen jetzt hier mal auf und gucken mal rein das ist nämlich hier ist dass ich schon sehe ist dass hier ein geld fort und sieht es von oben so aus als wäre es ein geld fort ich muss auf 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 und auf so jetzt noch einmal das ganze hier ohne folie das cover jetzt einmal die rückseite und ich habe das gefühl dass hier das nicht drin steckt also nicht in den ja ok das scheint wohl der neue art zu sein wie man vinyls verpackt ok die liegen hier einfach nur so drin ok aber ich jetzt kann ihr wohnen erst einmal hier das in cover hier angucken das sieht cool aus das das eigentliche das ist das eigentliche coverbild das hier ich weiß es aber nicht mehr ganz genau so hier ist was drin und hier ist noch was drin und zwar lyrics und hier unten kleines livebild ok gut wo haben wir denn seite seite a hier gucken wir mal rein was seite a sozusagen hat das sieht sehr schön aus die stars nochmal noch mal ok und hier ist seite c und dc und d d und d hier mit der geilen mit der geilen Tracklist ein Lied lang, Premium ok, ne, aber die sehen doch sehr geil aus ja, ne, ähm ansonsten danke fürs zugucken Album in der Videobeschreibung ich glaub das ist ausverkauft, ich guck's aber nochmal nach aber ich glaub das ist ausverkauft gewesen und ansonsten spotify link in der Videobeschreibung und die Playlist auch in der Videobeschreibung haut rein